Du machst auf deinem Weg aus der Angststörung einfach keine Fortschritte? Dann zeige ich dir heute etwas, das wahrscheinlich 99% der Betroffenen falsch verstehen. Los geht's! Was ich dir jetzt gleich sagen werde, wird wahrscheinlich erstmal verwirrend für dich klingen. Aber im Laufe des Videos wirst du mit Sicherheit verstehen, was ich meine. Der Hauptgrund dafür, dass du keine Fortschritte machst, ist, dass du Fortschritte machen willst. Und dass diese Fortschritte dein Hauptziel sind. Und du willst deine Angststörung ja vermutlich so schnell wie möglich loswerden. Habe ich recht? Und genau das ist der große Fehler. Denn eine nachhaltige Angstbewältigung lebt davon, nicht das Ziel der Angstbewältigung zu verfolgen. Und es sind nicht mal unbedingt die angestrebten Fortschritte, die das Problem sind, sondern Fortschritte in deinem Angstempfinden. Also, dass du ständig schaust, ob die Angst durch das, was du tust, weniger wird. Und warum das so problematisch ist, möchte ich dir an den zwei wichtigsten Stellschrauben der Angstbewältigung zeigen. Nämlich der Meditation und einem artgerechten Lebensstil. Viele verstehen einfach nicht, was Meditation ist und was Meditation bezwecken soll. Und dann fangen sie mit dem Ziel an zu meditieren, durch die Meditation ihre Angst zu überwinden. Aber genau durch dieses Ziel werden sie nicht nur niemals verstehen, was Meditation bedeutet, sondern auch niemals ihre Angst überwinden. Ganz im Gegenteil. Solange sie dieses Ziel verfolgen, nämlich mit der Meditation die Angst zu überwinden, werden sie die Angst sehr wahrscheinlich noch stärker machen. Meditation bedeutet, den jetzigen Moment so wahrzunehmen, wie er ist, ohne ihn kontrollieren zu wollen und ohne ihn verändern zu wollen. Und wenn du jetzt mit dem Ziel mit der Meditation startest, damit die Angst zu überwinden, dann willst du ja während der Meditation das verändern, was ist, nämlich deine Angst. Deine Angst ist, aber du willst deine Angst kontrollieren und verändern, sie halt überwinden. Somit machst du aus der Meditation etwas, was nichts mehr mit Meditation zu tun hat. Meditation hat kein Ziel. Es geht nicht darum, mit der Meditation irgendwas zu erreichen. Und das ist das große Problem. Und das verstehen viele nun mal nicht. Denn sie meditieren nur, um eine Angstbewältigung zu erreichen. Und ja, wie gesagt, somit macht man aus der Meditation etwas, das dann letztendlich nichts mehr mit der Meditation zu tun hat. Meditation kann niemals als Angstbewältigungswerkzeug benutzt werden. Zumindest nicht aktiv. Das heißt nicht, dass Meditation nicht für weniger Angst sorgt. Aber die Angst wird dadurch weniger, dass du nicht anstrebst, dass sie weniger wird. Also indem du sie wirklich akzeptierst und so annimmst, wie sie ist. Nur wer die Angst da sein lassen kann, ohne sie loswerden zu wollen, kann sie auch überwinden. Und da Meditation nun mal bedeutet, im jetzigen Moment zu sein, kann Meditation auch niemals mit der Erwartung ausgeführt werden, dass dadurch die Angst weniger wird. Denn diese Erwartung ist ja wieder eine Zukunftsvision. Du erwartest, dass die Angst in Zukunft durch die Meditation weniger wird. Und auch das hat wieder nichts mit Meditation zu tun. Meditation bedeutet, zurück in den jetzigen Moment zu kommen. Und das wahrzunehmen, was jetzt stattfindet und was jetzt wahrnehmbar ist. Solange die Meditation also nur mit Erwartung auf eine Belohnung ausgeführt wird, in diesem Fall die Angstbewältigung, wird sie zu nichts führen. Und dann haben wir die zweite große Stellschraube, die unter dem drangender Fortschritt leidet. Und das ist ein artgerechter Lebensstil. Wenn du deinen Lebensstil nur mit Blick auf die Angstbewältigung veränderst, also weil du die Angst kontrollieren willst und willst, dass die Angst weniger wird, dann wirst du zwar einen gesünderen Lebensstil pflegen, aber die Angst trotzdem nicht überwinden, weil du die Angstursachen einfach nur von der körperlichen Ebene auf die mentale Ebene verschiebst. Die körperlichen Faktoren, die mit für deine Angst verantwortlich waren, existieren dann zwar nicht mehr, aber dadurch, dass du diese Veränderung nur mit dem Blick auf die Angst umgesetzt hast, also um damit die Angst zu überwinden, hast du auf der mentalen Ebene neue gedankliche Widerstände gegen die Angst aufgebaut, die die Angst dann trotzdem weiterhin befeuern werden. Falls du immer noch nicht weißt, wie diese körperlichen Ursachen aussehen können, werde ich hier oben mal meine Checkliste einblenden. Da habe ich 30 mögliche körperliche Angstursachen zusammengefasst. Kannst du jetzt einfach draufklicken und kostenlos runterladen. Aber wie dem auch sei, das schlechteste Ziel für die Angstbewältigung ist die Angstbewältigung an sich. Und die allermeisten Betroffenen verfolgen nun mal, besonders am Anfang, das Ziel, ihre Angst bzw. ihre chronische Angst so schnell wie möglich loszuwerden. Und sie verstehen nicht, dass genau dieses Ziel ihre Angstbewältigung blockiert. Am besten ist also ein Ziel, das rein gar nichts mit Angstbewältigung zu tun hat. Ich sage immer, das beste Ziel ist, zurück zu einem artgerechten und achtsamen Leben zu finden. Denn ein artgerechtes und achtsames Leben, also das Ziel, hat erst einmal nichts mit Angstbewältigung zu tun. Und trotzdem wird die Angstbewältigung zum Nebenprodukt. Denn nur wenn es Ursachen für die Angst gibt, kann es auch Angst geben. Und wenn ich durch einen artgerechten und achtsamen Lebensstil die Ursachen für die Angst aus der Welt schaffe, dann kann es auch keine Angst geben. Dabei stand aber nicht die Angstbewältigung an sich im Vordergrund. Wenn du aber mit deinen Fortschritten immer nur darauf abzielst, dass die Angst weniger wird, dann machst du überall Fortschritte, nur nicht in der Angstbewältigung. Schau dir jetzt im Anschluss noch unbedingt folgendes Video an, das werde ich hier oben einblenden. Wenn dir dieses Video gefallen und geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du das Video teilst, dem Video einen Daumen nach oben gibst oder nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat, mir einen Kommentar hinterlässt, den Kanal abonnierst, die Glocke drückst und dann würde ich sagen, sehen wir uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann.